Keine Lust, ständig von deinem Tablet geblendet zu werden? Dann ist das neue Huawei MatePad Pro 12.2 genau das Richtige für dich. Dank des neuen Tandem OLED Paper-Matte-Displays siehst du alles klar, selbst bei starkem Sonnenlicht. So bleiben deine Augen immer entspannt. Lesen wir aus einem Buch, nur smarter. Mit dem neuen Huawei MatePad Pro 12.2.